Beim Counter-Movement-Jump wird die Sprungkraft bei einem Sprung mit Ausholbewegung gemessen. Der Athlet stellt sich mit einem weitbeinigen, hüftbreiten Stand aufrecht auf die Kraftmessplatte und stützt die Hände in die Hüften. Eingeleitet durch eine Ausholbewegung erfolgt ein explosiver Sprung nach oben mit dem Ziel, so hoch wie möglich zu springen. Die Landung erfolgt mit beiden Füßen auf der Kraftmessplatte. Der Test wird sowohl beidbeinig als auch einbeinig durchgeführt. Dabei wird jeweils ein Versuch durchgeführt. Die Hände werden während des Sprungs nicht in den Hüften gelassen. Die Landung erfolgt nicht auf der Kraftmessplatte. Die Knie werden vor der Landung angewinkelt. Die Knie werden vor der Landung angewinkelt.